Yo Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video und zwar darf heute ein kleiner Junge, also Anton, alles was Misstoys kaufen für einen Euro. Ja, das ist so geil. Freunde, ey, es wird so unglaublich krass, aber es gibt dafür einige Challenges, weil einfach nur für einen Euro hier alles kaufen wäre ein bisschen doof, aber du erfährst es gleich, was du machen musst. Wir gehen rein auf Kuss! Ja! Okay, Anton, du hast ab jetzt fünf Minuten Zeit, alles hier in den Einkaufswagen zu tun, aber du darfst nur Sachen in den Einkaufswagen tun, die die Farbe grün beinhalten. Wenn das zu viele andere Farben drin sind, dann kriegst du es nicht. Los geht's! Okay, Anton läuft vor. Lambo! Oh, okay, und Anton, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wo läuft denn der hin? Warte mal, ich lasse den Einkaufswagen sonst einfach mal ganz kurz hier stehen und muss mal Anton hinterherlaufen. Vor allem eine ganz, ganz wichtige Sache, die weiß Anton noch gar nicht, wenn irgendeine Sache nicht grün beinhaltet oder zu. Wo ist er denn? Anton? Hä? Wo ist Anton hin? Ich bin, ach, da ist er! Anton! Anton, eine ganz, ganz wichtige Sache noch. Wenn die Sache meiner Meinung nach nicht grün ist, dann bekommst du die nicht. Das ist aber grün, das sieht man. Und wenn der Einkaufswagen voll ist, dann darfst du die Sachen auch nicht weiter rein tun. Wo ist das? Ich weiß gar nicht, wo ich den Einkaufswagen geparkt habe. Hier! Okay. Aber warte, wir müssen da was holen. Also, Anton, deine Zeit läuft, ne? Ja. Sonst bekommst du die ganzen Sachen. Hol den mal, Waller! Den willst du? Nee, den musst du selber ankommen. Komm, helf dir mal ein bisschen. Jetzt aber. Hol den auch noch! Welchen? Den Dino? Den Dino! Ach du Kack. Den Grr-Dinosaurier. Oh mein Gott, den kannst du nicht mal tragen. Doch, kann ich. Ich kann auch den Bären tragen. Ey, Freunde, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert unbedingt den Kanal. Okay, denk dran, das darf nicht zu voll werden, ne? Doch. Also ein bisschen... Alles, was reinpasst, passt rein. Anton, du ist wieder los. Süßer. Okay, wo ist hier noch irgendwas Grünes? Okay, da wurde ein Bisasam eingepackt. Oh, das ist unser Einkaufswagen. Ich hab schon wieder ganz vergessen, wo der ist. Oha, das war ein geiler Wurf. Okay, Anton, also deine Zeit läuft. Ich sag dir nicht genau, wie viel Zeit du noch hast, aber deine Zeit läuft. Hab ich noch nicht. Anton sucht noch mehr Grün. Erzähl mal, was hast du deine Gedanken im Kopf? Was überlegst du gerade so? Was Grünes. Suchst du irgendwas Spezielles? Freunde, ihr müsst dann übrigens auch mitbewerten, ob die Sachen denn auch grün sind, die Anton hier sammelt. Ey, ich brauch kein Minecraft, aber ich will haben. Hier ein, den. Ja. Ein Creeper. Ja. Ja. Na, dein Einkaufswagen ist gleich schon voll, will ich nur ganz kurz anmerken. Ja, dann packe ich den Dino vielleicht sogar noch raus. Freunde, ihr seht, der Einkaufswagen ist schon ziemlich voll. Glaubst du, da passt noch was rein? Ja, easy. Bist du dir sicher? Erstmal. Ja, relativ. Oder ich packe den Dino erstmal raus. Leg ihn erstmal hier hin. Das hier will ich graben. Digga. Okay, kriegst du das da rausgehoben? Oha, ja. Oha. Jetzt schön vorsichtig tragen, Anton, du hast nur noch so ein paar Sekunden. Und nicht gegen andere Leute gegenlaufen. Anton gibt alles. Fertig. Bist du fertig? Boah, ich komm noch ein bisschen. Deine Zeit ist auch gerade abgelaufen. Okay, Anton, also wir gehen jetzt einmal deine ganzen Sachen durch. Ob die auch wirklich grün sind, bist du außer Atem? Ja. Okay, dann gucken wir erstmal. Das ist das Erste. Ja. Stell mal hin. Ich glaube, das kann man als grün durchlassen. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch grün. Dann haben wir diese Avocado oder was auch immer das ist. Ne, Dinosauriergrün. Dann haben wir, ja, das ist auch grün. Eieiei. Eieiei. Das ist einfach auch grün. Hier. Ist das grün hier? Nimm mal erstmal den Lambo. So, und das ist jetzt halt die Frage. Hier unten ist grün. Wo ist grün? Hier unten. Das ist ja die Verpackung. Ja, ist mir auch egal. Du hast gesagt, alles was grün ist, wäre ich kaufen. Also bei den Sachen müssen wir nochmal überlegen, ob wir die behalten. Aber, Anton, folgende Sache. Möchtest du jetzt diese Sachen behalten? Ja, nein, nein. Oder möchtest du probieren, deine Sachen zu verdoppeln? Du kriegst nochmal fünf Minuten, aber eine schwierigere Challenge. Ja. Aber wenn du es dann nicht schaffst, die Challenge zu meistern, dann werden diese ganzen Sachen wieder in den Schrank getan. Egal. Und du darfst sie nicht mitnehmen. Egal. Egal? Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Challenge, würde ich sagen. Ja. So, Anton, also ich muss sagen, du hast dich echt ganz gut geschlagen und du wolltest die nächste Challenge haben, richtig? Ja. Wir sind jetzt hier in einem anderen Gang, denn jetzt ist deine Challenge. Du darfst nur Sachen einsammeln, die mindestens 50 Euro kosten. Stopp, 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 stopp. Und einen neuen beinhalten, weil du bist ja neun Jahre alt. Deine Zeit läuft, los geht's. Okay, 50 Euro und einen neuen beinhalten. Oh. Hol mal den anderen da. Nee, da musst du schon ankommen können. Oh, Kevin. Und auch noch eine Sache, du darfst nicht die gleiche Sache ganz oft nehmen. Das ist nicht die gleiche. Ja. Deine Zeit läuft, ne? Willst du dich nicht ein bisschen beeilen? Nö. Hä, wieso das denn? Willst du noch einen Kaffee haben oder? Nee, weil ich einen Plan habe. Du hast einen Plan? Ja. Aber Anton, nicht übertreiben, ne? Denk dran, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann musst du das alles selber kaufen und nicht mit einem Euro, sondern den vollen Preis, ne? Denk dran, deine Zeit läuft. Wenn du die Challenge verlierst, Anton, dann verlierst du auch deine ganzen anderen Sachen von gerade. Ja. Oh, stimmt. Deswegen werden wir verdoppeln oder alles verlieren. Also, auf geht's. Oh, da muss er jetzt überlegen. Da, oh, oh. Oh, hier sind wir ganz schlecht. Anton, hier ist ganz schlecht. Was ist das? Anton? Ein Roller. Wie viel kostet der? Ein Euro. Willst du damit sagen, dass du dir schon ganz sicher bist, dass du die ganzen Sachen gewinnst? Ja. Okay, und übrigens, Freunde, falls ihr euch wundert, wenn Anton da gleich langlaufen sollte. Wir haben die ganzen anderen Sachen schon zur Kasse gebracht. Und das muss alles da reinpassen. Ja, Anton, wir sind gleich schon bei zwei Minuten, ne? Wie? Ja, bei zwei Minuten sind wir gleich schon. Du läufst ja hier wie so eine lahme Ente. Was ist jetzt los? Anton, rennt los. Anton, was ist los? Wo willst du hin? Wo will Anton hin? Anton, was ist dein Plan? Nein, das ist doch eine Scheiße. Was dachtest du? Dachtest du, das kostet über 50? Nee, nicht mal. Ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn du einen Kindersitz oder so kaufst? Der kostet so 119 Euro. Nee. Oder so ein... Komm mal mit, da vorne sind so Babykinderwagen. Was ist damit? Kinderwagen? Ich glaube, hier bist du in so einer Kleinkinderabteilung. Ich hole was. Ich habe Angst, Anton. Ich hole was. Was holst du? Ich hole was. Was ist das jetzt? Wir runden auf. Hm, hm. Ah. Hm, hm. Mindestens 50 Euro. Kevin, was willst du jetzt? Warum ist eigentlich jeder Preis mit einer neuen? Jetzt wird es Rache kriegen. Anton, das ist ja total dumm. Oh nein, er ist schon wieder bei den Plüschtieren. Du hast doch schon genug Plüschtier. Warum bist du hier? Nimm den fetten Pionki-Union. Hol mal runter. Den willst du haben? Hol mal runter. Oh mein Gott, der ist größer als du schon wieder. Nein. Halt mal die Kamera kurz. Der muss einen noch in den Einkaufswagen passen. Anton, der ist schon wieder größer als du. Gar nicht. Doch. Boah, eine Sache habe ich noch. Was denn? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Hä, wo will Anton hin? Anton rennt los. Anton, was willst du überhaupt? Hä? Anton, du bist richtig froh. Wie? Teuer. Das sind die zwei Nerfs. Welche? Die Ballermander-Dinger. Die da? Ja. Aber da musst du ja selber ankommen, sonst kriegst du die nicht. Okay, dann kletter ich da eben hoch, dann hast du doch Pech. Anton, nein, das dürfen wir nicht. Ja, guck, dann holen. Welche willst du denn haben? Die, die kostet aber nur 20 Euro. Hä? Hä? Ja. Das ist ja ganz dumm. Da, 20 Euro. Nein. Die kostet 49,99. Die hat mal 69 Euro gekostet. Anton, was ist dein Plan? Ich will nur sagen, eine Zeit ist gleich abgelaufen. Und die letzte Challenge, wenn du die auch noch gleich machen willst, die wird noch viel schwerer. Oh, oh. Oh nein. Was? Hoh mal IAFC raus. Hoh mal IAFC. IAFC holen, Kevin. Wie heißt das Zauberwort? Bitte, danke, danke. Für PS5 oder PS4? Vier, äh, drei, äh, vier, vier. Was? Okay, Anton, du hast noch zehn Sekunden, um das alles zu deinem Wagen zu bringen. Okay. Oh, gerade noch. Oh, das fehlt. Eins, null. Oh mein Gott. Gerade ist die Zeit abgelaufen. Bist du K.O.? Okay, schauen wir mal, was Anton hier alles hat. Wieso hast du eins, zwei, drei, vier, wieso hast du fünf, fünf Switch-Controller? Oder vier? Sechs. Wieso? Erzähl mal, was war dein Gedanke dahinter? Hä, das sind zwei, vier, sechs, acht. Wieso brauchst du acht Switch-Controller? Einfach so zum Zocken. Okay, Freunde, dann hat Anton noch diesen riesigen Pingu halt immer neben dir. Ich will mal einmal kurz gucken, ob der größer ist als du. Nee, der ist diesmal nicht größer als du. Okay, dann haben wir Mew und noch ein anderes Pokémon und diesen E-Roller. Ey, du hast aber Glück, der ist gerade ab acht Jahren. Okay, Anton, jetzt die Frage. Du hast jetzt ja schon einen vollen Einkaufswagen vom Anfang. Noch einen vollen Einkaufswagen von jetzt. Ja. Willst du verdoppeln? Ja. Und den dritten Einkaufswagen und die dritte Challenge? Ja, will ich. Ganz sicher? Wenn du die nämlich nicht schaffst, verlierst du alles. Ja, ist mir egal. Ich riskiere. Ich kann ja eigentlich nicht Minus machen. Doch, wenn du alles verlierst? Nö. So, Anton, letzte Frage. Willst du die letzte Challenge wirklich annehmen? Das ist die schwerste von allen. Und wenn du es nicht schaffst, die zu schaffen, dann verlierst du auch alle deine anderen Preise. Ja, natürlich. Okay, Anton, wir haben insgesamt hier neun Gänge. Und du musst es jetzt schaffen, innerhalb von neun Minuten mir in jedem Gang das teuerste Produkt zu bringen. Deine Zeit läuft ab jetzt. Los geht's. Wie soll ich das machen? Ja, Freunde, das ist nämlich die Challenge. Wir sind jetzt im ersten Gang und du hast es quasi für jeden Gang. Hier, das ist der erste. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus. Du hast jetzt eine Minute Zeit, hier das teuerste zu finden. Los geht's. Guck dich um. 36 Euro. Ich sag dir mal Bescheid, wann deine Zeit ungefähr abgelaufen ist. 99 Euro. Hast du? Ja, 99 Euro. Wir lassen das einmal kurz stehen. Ist das deine finale Antwort? Ähm. Willst du dich noch einmal durchgucken? Du hast noch so 20 Sekunden Zeit. Ja. Okay, dann bringen wir damit die erste Sache einmal zum Wagen. Und danach prüfen wir dann einmal, ob du auch in jedem Gang richtig lagst. Okay, Anton, der nächste Gang. Such die teuerste Sache. Du hast eine Minute Zeit. Ey, da gibt's vielleicht Takis. Anton, nicht ablenken lassen. Eine Minute. Komm, ich hab jetzt schon. Hä, wieso guckst du so entspannt? Willst du nicht mal noch gucken? Nee. Hä, guck doch mal da hinten. Da ist nix, Kevin. Anton, du hast nur einen Versuch. Wenn du mir die Sache gibst und sagst, das ist das teuerste. Guck doch mal, hier kostet nix 150. Also bist du sicher? Und jetzt bist du in den nächsten Gang. Okay, Anton, deine Zeit läuft übrigens. Du hast jetzt für den Gang, für den Gang hast du ein bisschen zu lang gebraucht. Du hast jetzt nur noch weniger Zeit. Du hast mehr als eine Minute gebraucht. Okay, also schau ganz, ganz genau. Deine Zeit läuft. Nur eine Minute pro Gang. Ah, scheiße. Das hier für 47, sag ich. Bist du dir sicher? Ja. Lockst du es ein, dann geh schnell in den nächsten Gang. Da oben, der Paddy fertig. Für 69? Für 70. Für 70 Euro. Finale Antwort? Nee, doch nicht. Doch nicht. Sorry. Okay, dann geh weiter. Deine Zeit läuft. Hier musst du jetzt auch wieder die teuerste Sache finden. Das liegt schon mal was für 99. 99, ja. Wie kostet das? Auch 99, 99. Auch 99, 99? 99. Ich sag das dann 147. Okay. Also Anton, finale Antwort? Das wäre glaube ich 147, ne? Äh, 74. Deine Zeit läuft. Nächster Gang. 55, ich glaube 59. Anton, ich weiß nicht, wie viel hat zu... Ich würde mich echt an deiner Stelle ein bisschen beeilen. Also du solltest unter 5 Minuten haben. Und du hast noch so 4 Gänge vor dir mindestens. Das ist da für 80, diese Kanone-Dings. 89, meinst du? Ja, 89. 89, okay. Nächster Gang. Da schon mal was für 50. Ja, 49, 99. Deine Zeit läuft. Das ist deine finale Antwort. Ja. Bist du dir sicher? Äh, nee, 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 nee. Sorry, sorry. Hab ich doch noch was gesehen. Das ist ein 90 Teil. Hast du das gesehen? Ja. Okay, lauf. Anton, deine Zeit läuft. Du musst dich beeilen. Jetzt noch mal ein bisschen Tempo hier. 80. 80, okay. 130. 130 war das. Okay. Aber ihr wisst, Freunde, eine Sache hat Anton bereits zu mehr sehen. 750. Was? Ach du Scheiße. Einfach 750 Euro. Das ist das Teuerste. Ich glaube, das Teuerste im ganzen Laden fast, ne? Ist sogar, glaube ich. Hier sind auch noch so Sachen. Ja, das ist für 750, Kevin. Das kann nicht getoppt werden. Okay, letzter Gang, Anton. Das ist so maximal, ich glaube, du hast es noch so unter einer Minute. Fertig. Ach, nee, der Gang ist auch noch. Das ist kein Gang. Haben wir alle? Ja. Okay, ist das deine finale Antwort? Du hast noch 20 Sekunden. Ja. Okay, Anton, dann komm einmal bitte mit. Kevin. Ich muss dir einmal kurz eine Sache zeigen. Ich glaube, es war in diesem Gang. Hier hast du zu mir gesagt, dass die teuerste Sache irgendwie 60 Euro sind. Aber 100 Euro. Ey, ich hab das gesagt. Wirklich. Hast du? Ja. Schreibt im Kommentare. Nee. Gar nicht wahr. Was hast du denn gesagt? Oh, nee, das hab ich wirklich gesagt. Ja. Aber nee, ich hab das nicht gesagt. Okay, Anton, ich hab jetzt gerade nochmal mit der Jury geredet. Also quasi mit mir selber. Und ich hab mir jetzt überlegt, weil du bist ja ein richtiger Ehremann und die Leute mögen dich, ja? Und die wollen alle, dass du gewinnst. Ja. Das ist jetzt eine ernste Sache. Du hättest jetzt theoretisch alles verloren. Du hast jetzt, ich zähle gleich runter und dann hast du 20, stopp, 20 Sekunden Zeit, mir die zweiteuerste Sache aus dem Laden zu zeigen. Und wenn du es nicht schaffst, dann verlierst du alles. Drei, zwei, eins, go. Kevin hier. Was? Wie teuer ist das? 450. Okay, also du hast jetzt noch 10 Sekunden Zeit. Du bist ja relativ... Nein, 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 ich geh für 620. Leu, ist die PlayStation hier? Anton, ist das deine finale Antwort? Ja, stimmt, wirklich. Zwei teuerste Sachen? Ja, stimmt, wirklich. Okay. Anton, soll ich dir was verraten? Du hast gewonnen. Ja! Ich hab gewonnen. Okay, Freunde, ich würd sagen, wir sammeln jetzt einmal ganz kurz alle Sachen ein. Okay, Anton, gib mir mal bitte deinen Euro, weil ich muss ja bezahlen. Beziehungsweise du musst gleich bezahlen. Okay, Anton, ich würd sagen, wir brauchen ganz, ganz viele Tüten. Freust du dich? Bist du K.O.? Okay, Freunde. Ey, warum hat... Ich hab so gehofft, dass er das da wählt, weil er das kennt. So ein Kartoffelkopf, ey, ich sag euch das. Anton, tschüss!